Das ist immer wieder auf öffentliche Fernsprecher hinausläuft, auf Telefonzellen, in denen ein blasses Neonlicht flackert. Die Tür hinter mir fällt zu. Sofort beschlagen sich die Scheiben vom Regen, der von der Jacke aufdampft. Wieder das umständliche Hantieren mit den Karten. Dein Verlangen, sie jetzt sofort am anderen Ende der Leitung zu haben, um gleichzeitig die Angst, nicht durchzukommen, vor den Anrufbeantworten, dem sinkenden Guthaben der Karte. Denn welchen Sinn hätte es schon, ohne eigenen Anschluss, eine Nachricht mit der Bitte, um Rückruf zu hinterlassen? Wähle die 800-Nummer, um überhaupt ins Telefonnetz zu gelangen. Nur, welche ist das von den vielen kleingedruckten Zahlen rein auf dieser Karte? Das war die Richtige. Eine freundliche Computerstimme bittet dich auf Deutsch um den 10-stelligen PIN-Code der Karte. Diese Enge in der Zelle. Jetzt geht auch noch das Licht aus. Schalter gibt es keinen hier. Bewege mich ein wenig schon, springt die Neonleuchte so unvermittelt an, wie sie zuvor erloschen ist. Nun die Telefonnummer, die du zum Glück auswendig weißt. Ihr Gesprächsguthaben beträgt 43 Minuten. Dass es immer wieder auf öffentliche Fernsprecher hinausläuft. Dein erkauftes Recht zu sprechen. Doch kein Klingelsignal ertönt. Die Leitung bleibt stumm. Zähle. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Lege auf, ob sie das Handy abgestellt hat oder funktioniert die Karte nicht. Also noch einmal alles von vorn. Zugangsnummer, PIN-Code, Telefonnummer. Insgesamt 34 Zahlen mit feucht-kalten Fingern getippt. Die Zelle ist nun völlig erblindet. War wohl ein Fehler, so leicht bekleidet anrufen zu gehen. Doch diesmal kommt nicht einmal eine Guthabenansage. In den digitalen Weiten der Schallkreise ist mit Anstrengung nur ein leichtes Rauschen zu vernehmen. Ist es die Technik vielleicht ein Schaltungsproblem oder ist es Ihre Entscheidung, bei einer Schweizer Nummer nicht abzuheben? Wo ist nur die Telefonkarte hingekommen? Im Adressbuch vielleicht? Oder wieder eingesteckt in die Geldtasche? Die Nummern werden dir langsam geläufig. Die Finger immer Klammer. Es wäre nicht das erste Mal, dass du eine Telefonkarte auswendig wüsstest. Will jetzt mit ihr sprechen. Sie am Hörer haben. Ihr Gesprächsguthaben beträgt 28 Minuten. Was? Und schon wieder keine Verbindung? Oder doch? Und sie schweigt am anderen Ende der Leitung? Nein, dann hätte es doch einmal klingeln müssen. Die Leitung ist einfach... ...tot.